Gestern war es soweit, Freude und Leid, wie es so immer ist. Ich war gestern auf dem Skistand, hatte ursprünglich vor, auf der 50 Meter Bahn das Vector Optics Everest 3-18x50 einzuschießen, das ich euch vor kurzem ja vorgestellt hatte. Doch leider Gottes war noch immer der 50 Meter stand aufgrund einer defekten Lüftung außer Betrieb und gesperrt. Das heißt, was habe ich gemacht? Auf Kurzwaffe hatte ich gestern irgendwie keine Lust, also 25 Meter. Habe ich das Glas grob eingeschossen, weil da kam es nicht auf maximale Präzision drauf an und dann habe ich einfach ein bisschen geplinkt. Da einige weitere andere Schützen mit auf der Bahn waren, habe ich die Kamera nicht mitlaufen lassen, beziehungsweise die Handykamera. Ich möchte euch aber meinen Eindruck von diesem eigentlich sehr schönen, interessanten Glas trotzdem so mitteilen. Ich zeige euch auch gleich noch, sage ich mal, die relativ bedeutungslosen Ergebnisse, Treffer, die ich gestern auf der Splatter-Scheibe dann auf 25 Meter gemacht habe. Also, was haben wir hier denn? Wir haben hier das Vector Optics Everest 3-18. Wir haben hier ein Absehen in der zweiten Bildebene mit sehr klaren Optiken drin. Wir haben hier wirklich eine, was mich sehr überrascht hat, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, denn es ist ein tatsächlicher Funfaktor an diesem Glas oder bei Vector Optics generell, nämlich die Gläser, die hier verbaut sind, sind aus deutscher Hand. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Die Optik hier drin, mehrfach vergütet, kommen aus dem Hause Schott. Und Schott macht für viele unterschiedliche Branchen, Wirtschaftszweige, Optiken. Unter anderem auch für Zielfernrohre, Ferngläser etc. Zusammengebaut in dem Moment gut in China. Das sind die meisten Produkte heutzutage. Das ist einfach so. Darauf hat sich die Wirtschaft anscheinend geeinigt. Aber wir haben hier tatsächlich deutsche Produkte drin. Die Optik, wie gesagt, ist klar. Wir haben hier mal zwei Einspieler. Einmal in der kleinsten Vergrößerung, also dreifach und dann in der größten Vergrößerung 18-fach. Natürlich gibt die Handykamera nicht die Klarheit der Gläser, der Optik 100% wieder. Dazu müsste man tatsächlich eine Kamera verwenden, die in der Lage ist, dieses kleine Okular entsprechend einzufangen und das Bild vernünftig realitätsnah wiederzugeben. Ist aber sehr, sehr schwer und würde, glaube ich, meinen finanziellen Mitteln einfach übersteigen. Die Türme. Die Türme lassen sich sehr, sehr schön einstellen. Ich habe sie bereits auf die 25 Meter genullt. Wir haben hier, wie gesagt, Loktürme. Das heißt, ich ziehe einmal den Turm nach oben und kann dann klicken, kann drehen. So, ich habe aber den Lokturm, und das fehlt mir sogar an manchen hochwertigen Optiken, seitlich den Lokturm. Bei meinem Meopter zum Beispiel, ein hervorragendes Glas möchte ich nicht missen, habe ich nur am Höhenturm den Lok, nicht am Seitenturm. Wir haben auf der anderen Seite die Parallax-Einstellung, die Parallax auf 25 Meter. Das Ziel war gestochen scharf. So, wie es sein soll, stufenlos einstellbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Optik sucht, glaube ich, seinesgleichen. Wir sprechen hier von 199 Dollar zuzüglich Versand und Zoll-Einfuhren natürlich. Wir kommen dann irgendwo wahrscheinlich bei 250 Euro in etwa Plus-Minus heraus. Ich poste euch unten noch den Code GUNVLOG und dann bekommt ihr bei Vector in China, wenn ihr dort direkt bestellt, 10% Rabatt. Kommt zu meinen Tacken günstiger. Ich kann das Glas auf jeden Fall empfehlen. Es hat eine Freigabe von der Schussfestigkeit her bis Kaliber 308. In den USA wird dieses Glas durchaus auch für Entfernungen 100 Meter bis zu 300 Meter genutzt. Das heißt, es ist auf jeden Fall, sage ich mal, 300 Meter tauglich zu einem mittleren Großkaliber Gewehr, sprich 308. Wie gesagt, bei dem Preis, bei der Qualität, die man hier geliefert bekommt, mit fünf Jahren Garantie, da kann man tatsächlich nicht meckern, wie ich finde. Von daher, meine Empfehlung, bekommt dieses Glas auf jeden Fall, wenn man auch noch berücksichtigt, wie der Lieferumfang ist. Wir haben zwei Flip Caps, wir haben die Sonnenblende in Wabenform, also die kurze und wir haben hier die entsprechenden Ringe mit dabei. Was will man denn mehr? Ich finde, ist absolut ein Hingucker, ist ein cooles Glas, gefällt mir richtig, richtig gut, ist präzise und ich hoffe es bald auf der 50 Meter dann noch schießen zu können. Kommt doch an, wann ich es wieder auf die Range schaffe. Also hier Vector Everest 3 bis 18 mal 50, cooles Ding.